Möchtest du einen aktiven Beitrag dazu leisten, dass die Welt effizienter, sicherer und ökologischer wird? Wenn du die digitale Zukunft mitgestalten möchtest, dann ist Crico Engineering für dich genau der richtige Arbeitgeber. Die Crico Engineering GmbH ist der Systemintegrator für industrielle Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen. An unserem Hauptsitz in Freiburg im Preisgau sowie an unserer Schweizer Niederlassung in Basel bieten wir interessante Tätigkeiten im dynamischen und innovativen Umfeld der industriellen Automatisierungs- und Informationstechnik an. Von der Beratung über die Projektierung bis zur Inbetriebnahme. In der Elektrokonstruktion, SPS-Programmierung, Leittechnik, Softwareentwicklung, Antriebstechnik oder in der industriellen Sicherheit. Wir haben alle Freiheiten unsere Aufgaben eigenverantwortlich durchzuführen und zu organisieren. Dennoch steht uns das Wissen und die Erfahrung der Kollegen und Kolleginnen jederzeit zur Verfügung. Als Konstrukteur erstelle ich die Elektrodokumentation für industrielle Anlagen, betreue die Montage und begleite die Inbetriebnahme vor Ort beim Kunden. Diese Mischung macht meinen Job so spannend und abwechslungsreich. Es ist großartig zu sehen, wie viel man erschaffen kann. Bei CRIKO gefallen mir die kurzen Entscheidungswege aufgrund der flachen Hierarchie, die Arbeiten im Team und die Unterstützung der Kollegen untereinander. Und natürlich die Aktivitäten in der Freizeit von der Feierabendrunde bis hin zum Skifahren in Schwarzwald. Werde auch du ein Mitglied der CRIKO-Familie.